Wir wollten nochmal die Fortschrittskarten durchgehen. Also die Alchemistenkarte ist noch ein bisschen unklar. Habt ihr da auch noch einen Start? Da geht es darum, man kann sich die Würfelzahl aussuchen. Und da ist halt die Frage, wie wollen wir das in der digitalen Version implementieren? Also wie ist es am besten darzustellen? Was aussieht wie ein Spieleabend unter Freunden, ist ein Business Meeting. Die vier sind App-Entwickler und suchen einen Mechanismus für die neueste mobile Erweiterung, der Siedler von Katan. Einem Brettspiel, bei dem man mit Strategie und Glück Inseln besiedelt und Rohstoffe erwirtschaftet. Also es geht ja konkret um die zwei Würfel, weil der... Die wird sowieso zufällig? Genau, den muss man selbst würfeln. Das heißt, wir haben quasi die beiden Würfel wählen im Grunde, was da passieren soll, was man gerne hätte. Also irgendwie einen Zahlenslider vielleicht oder sowas? Sowas, weil in der iPhone-Variante, die sind das ja auch so ein bisschen gewohnt, diese Zahlen zu sliden. Man könnte auch sagen, man nimmt Buttons zur Auswahl, was aber nicht so hübsch wäre. Schön wäre ja natürlich auch, wenn wir sie direkt per Finger sliden könnten. Also dass wir wirklich hier den richtig so sagen können, zack, haben wir eine 3, haben wir eine 5. Aber das ist, denke ich mal, zu schwierig zum Umsetzen. Ich glaube, einige wissen auch nicht, was auf welcher Seite dann irgendwie kommt. Man will ja einfach nur den Wert ändern. Dann ist es auch wieder schwierig mit der Bedienung, weil dann ist so, ich möchte jetzt die 1. Warte, hier ist die 1. Ja, so gesehen ist... Nee, sieht zwar fancy aus, aber ich glaube, das ist nicht so gut von der Bedienung her. Apps. Sie sind der Grund, warum uns Smartphones in jeder Situation das Leben vereinfachen und informieren oder unterhalten. Bei ExoZ in Berlin produziert ein Team aus Programmierern und Designern Service-Apps und Spiele. Es beginnt mit einer Skizze. Genau, dann lasst uns doch nochmal den Spiel-Click-Flow durchgehen. Also im Endeffekt fängst du hier oben an. Das heißt, nach dem Spielstart hast du dann das Hauptmenü. Im Hauptmenü hast du dann die Möglichkeiten, irgendwie ein Spiel fortzusetzen, wenn du vorher schon mal angefangen hattest. Spiel fortsetzen ist sonst ausgegraut? Genau, das ist dann so ein Center. Du hast die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Da kannst du dann halt die Lautstücke, Musik und so weiter einstellen. Das hast du dann direkt dann hier über die Options. Wo ist Pause-Handling da drin an der Stelle? Pause ist oben direkt im Spiel-Met drin, oben im Interface. Achso, das wird ja rechts oben. Genau, da haben wir im Endeffekt hier unseren Pause-Button. Hier ist dann die Zeitangabe und den aktuellen Punktestand. Ein Game Design-Dokument ist sehr wichtig, um am Anfang ein gutes Ablauf-Diagramm zu haben, eine Art Landkarte der App. Was passiert, wenn ich auf welchen Button klicke und wo komme ich zu den unterschiedlichen Bereichen? Wir entwickeln das Game Design-Dokument zu Anfang der Produktion und es wird auch laufend während der weiteren Entwicklung in verschiedenen Schritten aktualisiert und weiterentwickelt, zusammen mit dem Kunden bzw. mit dem Lizenzgeber jetzt in dem Fall von einem Spiel. Zurück zu den Siedlern von Catan. Die Würfelfrage ist geklärt. Die Augenanzahl wird durch Antippen verändert. Das Ergebnis wird für alle Spiele-Versionen angepasst. Die visuelle Umsetzung übernehmen Grafiker. Genau, schauen wir uns mal die aktuellen 2D-Designs an für iPad 3. Wie sieht es da aus? Die Textur-Atlanten hattest du soweit durch, glaube ich, ne? Ja. Okay. Wo bist du jetzt noch aktuell dran? Ich bin hier bei den Würfeln noch dran. Ich bin hier bei den Würfeln noch dran. Und das habe ich schon erledigt. Ein Mehrwert gegenüber dem Brettspiel sind die animierten Spielfiguren. Und die sieht man jetzt hier und kann sie entsprechend auch um die eigene Achse drehen. Also der ist voll 3D modelliert jetzt. Da kommen noch Gesichts-Animationen drauf. Das wird dann aber vom Animator gemacht. Candamir an sich ist ein Handwerker, das man insbesondere an der Axt sehen kann. Und damit er sich in Echtzeit bewegen kann auf dem Screen, das heißt eben auch bestimmte Gesten, bestimmte Mimiken machen kann, geht es darum, diesen Charakter jetzt im Gegensatz zu einem Pixar-Film wirklich entsprechend reduziert darzustellen. Also aus möglichst wenig Dreiecken aufzubauen, dass ich da eben den in Echtzeit auch auf normalen Phones oder Tablets darstellen kann. Programmierer setzen Spielkonzept und Grafiken zusammen. Hier erfolgt die eigentliche Programmierung der App. Das heißt, hier übernehmen wir die 2D- und Grafikassets, die in der Kreation vorbereitet wurden, und auch das Game Design-Dokument aus der Konzeption und setzen das Ganze in Programmcode um. Das heißt, in lauffähige Programme, die auf den Mobilgeräten und eben auch während der Entwicklung im Simulator hier direkt auf dem Rechner gestartet werden können. Das ist die tägliche Herausforderung gerade bei Mobile-Apps, weil es eben so eine sehr große Vielfalt gibt von verschiedenen Geräten, von verschiedenen Betriebssystemversionen, von verschiedenen Gerätemodellen, manche langsamer, manche schneller, in der gleichen Geräteklasse. Und dafür haben wir ein kleines Arsenal an Testgeräten hier und können darauf eben optimieren, testen und entsprechende Anpassungen vornehmen, dass es auch wirklich bei allen Kunden funktioniert. So. Probleme bereitet die rasant fortschreitende Technik. Ein Blick in das Archiv verrät, die Hightech von gestern ist das alte Eisen von heute. Ja, das ist vielleicht so das erste Smartphone, wenn man so will. Ein Nokia Serie 60 Gerät mit Symbion OS, Multitasking, konnte verschiedene Apps starten. Display mit 176 x 208 Pixeln, doch eine ganze Ecke kleiner als die heutigen Geräte und eine ganze Ecke schwerer. Also da konnte man durchaus auch einen Nagel noch mit einschlagen. Das war mal tatsächlich vor einigen Jahren so das Hauptspiele-Handy, kann man sagen, weil das einen relativ guten Joystick hat. Ist mittlerweile auch durch iPhone und Android-Geräte etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Fielen sich ja auch noch. Gesichter so diese klassischen Handys, auf denen damals so die ersten Spiele zockbar waren. Größe damals 64 Kilo Byte. Das ist heutzutage nicht mehr so ganz so viel. Wir sprechen doch jetzt eher so mit Spielen üblicherweise so bei der tausendfachen Größe. Die große Vielfalt an Handys, Smartphones und deren Betriebssystemen erhöht den Aufwand. Denn jede Plattform braucht eine eigene App-Version. Ja, fast kann man sagen. Das heißt, ein Spiel zu entwickeln für verschiedene mobile Geräte heißt wirklich, in verschiedenen Programmiersprachen teilweise zu arbeiten. Und auch vom Testing her bedeutet es, dass man es auf jedem Gerät oder jeder Gerätegruppe besser gesagt wirklich ausprobieren muss, Last testen muss, gucken muss, dass es eben stabil läuft und eben auch auf die verschiedenen Software-Versionen, die es von diesen Geräten gibt, auch funktioniert. Das übernehmen bei EXOZ viele externe als auch interne Tester. Beim Testing ist es wichtig, bestimmte Fälle im Spiel einfach mal durchzuspielen und zu testen, ob die auch wirklich so funktionieren, nicht dass es zu Fehlerzuständen kommt. Und da haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel, dass wir verschiedene Entwicklungskarten oder Fortschrittskarten in diesem Spiel haben, die einfach alle durchprobiert werden müssen. Also wir müssen wirklich schauen, dass die sich genauso verhalten, wie halt in den Spielanleitungen vom Original-Brettspiel. Und die werden dann halt dargestellt, was korrekt ist. Und dann klicke ich die an und es hat funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, dann nehme ich das in das Test-Grid auf. Das ist im Prinzip die Excel-Datei, die man dort sieht und sage, der Test ist past. Also der ist bestanden. Stehen am Ende alle Felder auf grün, wandert die App in die verschiedenen Märkte. Von da an kann jeder, der ein Smartphone besitzt, das kleine Programm direkt in seine Handfläche laden und, wie im Fall von Die Siedler von Katan, auch sofort losspielen.